Voll die Hype-Mucke! Hyper Hyper! Willkommen zu Super Mario Bros 35 Ein sehr sehr seltsamer Name Und jetzt ist es da! Das Super Mario Bros Battle Royale, wenn man so möchte Nein, ich möchte nicht Solange ihr eine Online-Mitgliedschaft bei der Nintendo Switch habt, könnt ihr euch das Spiel im eShop kostenlos downloaden Wer noch keine Mitgliedschaft hat, kann die nachholen Vielleicht ist es euch das ja auch gar nicht wert Zum Glück mache ich keine Werbung für Nintendo Also zumindest nicht gerade im Moment Es geht hier ja darum, so lange wie möglich durchzuhalten Jetzt bin ich mal ganz gespannt Und ich muss auch erstmal auf den kleinen Screen kla... Ich habe gerade A für springen gedrückt Ich wäre einfach fast am ersten Goomba gestorben Ich siege den Goomba, bevor die Zeit abläuft Das werde ich in sieben Sekunden ja wohl schaffen Oder? 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 Es ist wirklich ein Blind Run Ich habe mich null in... Oder fast gegen null... Hä? Nein! Betrug! Ich sehe nichts! Capture Card! Was willst du? F*** dich! Capture Card! Hey! Hey! Toll! Ey, ich hasse Technik, Alter! Rein und raus! Weil es war bestimmt ein voll guter erster Try Was läuft denn da für ein Timer abgerade? Nein! Nein! Der Pilz! Drilled! Parakupa ist auch am... Scheiße! 2, 10... Hä? Der Trug! Hä? Wieso ist hier Bowser? Scheißegal! Scheißegal! Renn! Renn Bruder! Jetzt habe ich das Gefühl, ich werde nur noch Bowsers gespammt Nein! Gib mir einen Pilz! Gib mir einen Pilz! Gib mir einen Pilz! Oh ja, ist auch okay Pilz, Pilz oder Blume? Blume! Blume! Ich habe noch Münzen für eine Box Gönn! 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 Ja, Stern! Stern! Fühl ich! Fühl ich! Hahaha! Okay, wir sind Zweiter! Komm, einer noch! Einer noch! Der muss sterben! Der muss irgendwie sterben! Box! 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 Oh, Stern! Stern! 8 Sekunden! Oh Gott, ist das geil! Komm runter, du Scheiß! Fucking crap! Nein! 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 Digga, will er mich? Ficken! Was wir jetzt noch abklären müssen, ist, was ich mit dem rechten Stick da machen kann. Also Konter, schätze ich mal, habe ich schon richtig gedeutet, oder? Dass, wenn ich Gegner kille, schleudere ich sie zu dem zurück, der sie mir geschickt hat. Aber was heißt wenigste Zeit und all so ein Zeugs? Achso! Oh! Moment! Ah, das heißt, man schickt die Gegner zu dem, der gerade am wenigsten Zeit hat. Wow! Wow! Ich habe nichts verstanden, aber okay. Okay. Yes! Wir sind weg! Die Rücken! Auf Englisch! Er verfolgt mich einfach sogar! Wie kann ich noch leben? Ich wollte gerade rennen und drüber springen! Maaan! Okay, Glück gehabt, hier ist eine Blume. Das darf nicht wahr sein! Was? Du bist heutzutraurig, und ich glaub, du hast gewarnt. Mann, ich bin so dummes Kind, ich habe schon wieder X gedrückt. Hm, ich gehe gleich die Steuerung um. Würde sagen, jetzt haben wir so langsam die Basics gelernt. Die Basics, ne? Mach ja schon mal die Basics. Mann, wir haben so viel Kohle. Oh, Steuerung! Steuerung, was bist du für ein Schmutz? Rude! Keine 15 Sekunden, nachdem ich gestorben bin. Ich hätte wieder einfach stehen bleiben sollen. Gibt's neben deinem Haustier ein Tier, was du noch so magst? Ich habe mal in mir Gedanken gespielt, eine Schildkröte zu holen. Oder generell ein Aquarium. Oder Hühner. Von diesen haben wir zu laut. Was habe ich gedrückt? Reinhold, dürft ihr raten. Natürlich X. Krieg ich eine Blume oder so? Weil sonst bin ich tot. Oh, ich bin Vierter, 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 Vierter! Ja, sie kriegt die Blume! Ich bin schlecht! Oh, ich wollte Kombo. Was tue ich? Lust. Völlig Lust! 10 Sekunden, schnell ins Ziel! What the fucking hell. Auch ganz dringend Power-Up. Hä? Nein! Oh, ach so! LOL! Ich dachte gerade, die Verbindung wäre abgekackt, aber wir haben gewonnen! Yes! Yes! Ich konnte gerade nichts mehr machen und dachte, die Verbindung ist jetzt tot. Und dachte so, ne! Nicht jetzt! NICHT YES, Nintendo! Jetzt immer mal die Daumen hoch hier reinknallen, Leute. Ah! Oh! Hier gibt's auch wieder einen S-Rang! Hahahaha! Road to Rang S! Das war zu wild! Lassen wir's gut sein! Sehr unterhaltsam! Ich bedanke mich fürs Dabeisein! Und bis morgen! Ohh! OUT! H아아,走 mit ellos! vieles summertimeisch! Ke Route zu deemed äh! bei die Sp Mir houIi! Hey! Oh!